Hallo, ich bin Oliver von RedPlan Business Coaching. Im Rapid World Café bringen Start-ups und Unternehmen zusammen. In Wechsel- und Gesprächsrunden diskutieren Sie unterschiedliche Praxiserfahrungen und Fragestellungen, die für Sie relevant sind. Wo sehen Sie konkrete Einsatzmöglichkeiten für Rapid in Ihrem Unternehmen? Wer muss eigentlich eingebunden sein? Und was könnten erste Schritte sein, ein Rapid-Projekt bei Ihnen zu starten? Das World Café ist ein wunderbares Format, um Menschen miteinander zu vernetzen und in kürzester Zeit in Kontakt zu bringen. Und das Ganze in einer eher informellen Kaffeehaus-Atmosphäre. Wir sehen uns am 6.9. zur Rapid-Praxis-Konferenz in Mönchengladbach. Ich freue mich auf Sie. Oliver Wünsch.